Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Quartes Capes 2 in Senta's Sleepy Hollow, nee, Senta's Shakedown, ne? Ach, keine Ahnung, was da haben wir, Senta's Arsch, Senta's, äh, Senta's Beschissen in Weihnachten, ja. Weil Weihnachten immer beschissen ist. So, ich brauch das einmal. Und dann möchte ich einmal einen türkisen, äh, genau, türkisen Schlüssel machen. Erstmal brauch ich dafür das hier. Haben wir noch das? Ah, nein, ich hab das Zeug da gelagert, ich hör nie. Shit, ja stimmt, das hab ich vergessen mitzunehmen. Boah, nerv nicht, Junge, ich muss den Scheiß hier haben. Also hab ich kein Klebeband aktuell bei mir. Nee, weil das wird weggespawned sein. Shit. Das ist Dreck. Das ist Dreck, das ist Dreck. Hab ich noch? Okay, geil. Das ist geil. Wusste gar nicht, dass das hier bleibt. Cool, dann kannst du hier bleiben auch. Cool, cool, cool. Gute Sache, das ist cool. Das korrekt gemacht, wusste ich gar nicht, dass das so ist. Äh, wir bauen die Kiesel. Liederschlüssel, wo ist die Liederschlüssel? Ist das so ein Liederschlüssel? Weiß ich nicht. Das ist ein roter Schlüssel. Nehmen wir irgendwo einen Liederschlüssel hier? Ah, die Kiesel. Rot, 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 Gelb. Oben laufen noch Werte rum, die dann nicht K.O. geschlagen haben oder die nichts haben. Vielleicht gibt's hier auch keinen. Das wäre zwar ein Minus, aber wer weiß. So, müssen wir mal gucken. Erstmal eine K.O. schlagen. Die wollen wir nicht haben unter dich rum. Wird kommen. Komm. Na, shit. Das ist dann, hab ich gut aufgebamst. Das hat die auch gut gemacht. So. Dann. 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 Ich mach. Dann. K.O. So. Als morgen gehe ich einfach drauf. Ah, schade. Ich bin voll. Ich bin voll. Ja, da können sie rennen, die Schweine. Da können sie rennen. Da können sie so laufen als gäbe es kein Morgen, aber wer ich liege im Treck. das ist egal das ist scheiß egal Hauptsache ein Garten Hey Arschgeiger Seid mal hier So Können wir Ich hab das vergessen Mach das nicht noch einmal Was ich absolut nicht erzählen So So Machen wir hier auch ablegen Komm mal kurz Oh weee Äh Maus kommt nicht raus Schade Oh Da kommt einer Ja Bei dir wissen wir es leider schon Ja Ja Er muss natürlich auch hören Direkt und natürlich Weil die Entwickler einfach dreckige asoziale Drecksflakes sind Boah Weil das wäre ein Scheiß Immerhin etwas So So Dann haben wir hier noch drei Scheißplan Ah Ich kann hier doch hören Kurz und bis Natürlich hat das angeblich gesehen wie weit ich gelaufen bin Konnt er gar nicht sehen aber auch einfach Aber wir sehen uns auch beim nächsten Part wieder online SHA und schnell te